Hallo zusammen, wir befinden uns heute hier auf dem Sedimentologischen Feldkurs. Die Studierenden bringen wir jetzt ein Profil in einem kleineren Massstab auf, um am Schluss ein Gesamtbild zu erhalten. Wir nehmen hier Sandsteine auf, die abgelagert wurden an einer wellendominierten Küste vor 20 Millionen Jahren im Molassenbet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020